Die US-Arbeitsmarktdaten sind draußen und, naja, nicht wirklich überraschend negativ aufgefallen, wobei man sagen muss, die Non-Farm-Payrolls, das ist ja eine Zahl, die immer sehr beachtet wird, mit 209.000, doch deutlich niedriger noch mal als erwartet. 225.000 war erwartet worden. Ich glaube, 306.000 waren es zuvor. Also da gab es einen Rückgang. Die Arbeitslosenquote mit 3,6 allerdings unverändert. Wenn ich das richtig weiß, ach, gucken wir noch mal vorsichtshalber nach. Ich kann mir das immer alles nicht merken. Ihr wisst, ich bin dummer Charttechniker. Ich habe mit den Zahlen nicht so viel am Hut, könnte man sagen. Nein, also erwartungsgemäß, ihr seht das hier, 3,6. 3,6 war erwartet worden und vorher waren es 3,7. Also das war alles keine Änderung zur Erwartung. Was ein bisschen aufgefallen ist, dass die Wochenarbeitszeit, die Weekly Hours ein bisschen höher gegangen sind und dass auch die Stundenlöhne, wenn ich das richtig finde, da oben hier ein bisschen höher, zumindest mal als erwartet sind. Also das heißt, es wird ein bisschen mehr gearbeitet und es wird ein bisschen mehr verdient pro Stunde. Das vielleicht noch mal ein kleiner Hinweis dazu. So, ich habe es ja gesagt, ich bin gar nicht so der Zahlen-Fan. Das können andere viel besser als ich. Ich gucke mir aber an, was die Marktteilnehmer draus machen. Und die Marktteilnehmer haben eine erste schnelle Reaktion nach oben gehabt. Ihr seht das Ganze hier. Da gab es einen Spike. Ich gehe mal bewusst auf einen 5-Minuten-Chart. Dann sieht man das nochmal. Also wir hatten den Anstieg hier von den Tiefs, von den letzten Kurs kam er von oben. Dann wackelig runter und dann gab es jetzt hier diesen Spike nach oben. Hier nochmal so ein bisschen Schub hoch, wackelig runter und dann den Spike nach oben. Und jetzt ist der Markt allerdings wieder ein bisschen zurückgekommen. Also das Ganze wurde wieder wettgemacht. Hätte man das Ganze handeln können? Ich persönlich handele schon seit vielen, 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 vielen Jahren nicht mehr zu solchen Terminen. Es ist natürlich immer schön. Man kann ganz schnell ganz viel Geld, naja, wenn es gut läuft, gewinnen. Das Problem ist nur, wenn es schlecht läuft, verliert man. Und die Gefahr, schlecht zu liegen, ist alleine aufgrund der schnellen Bewegung der Spreads, also dass der Abstand zwischen Kauf und Verkauf sich ausweitet, dass man die Mengen nicht kriegt. Man kriegt dann nicht den Preis, wie man wollte, das sogenannte Slippage. Also man ist hier ständig im Nachteil. Und deshalb bin ich ein großer Freund davon, nach den Zahlen wieder zu handeln, aber eben nicht zu den Zahlen. Das ist zu gefährlich. Deshalb mein Tipp, tut das tatsächlich nicht. Für heute ist das eh gelaufen, denn die Zahlen sind schon längst rum. Jetzt, wie gehen wir damit um? Also Punkt eins ist, es ist nicht großartig bisher, was passiert. Der Markt ist offensichtlich im Moment in der Verschnaufpause. Nochmal ganz grob zur Orientierung. Wir sind stark hoch. Das war hier die vorherige Verschnaufpause. Das gehört noch alles mit dazu. Ich würde sagen, viele von euch kennen meine Idee dazu, ich würde sagen, dass das Ganze, was wir hier haben, zuletzt eine scharfe Aufwärtsbewegung ist. Korrektiv runter, dreiwellig korrektiv hoch und nochmal in dem Fall dreiwellig runter. Das gibt es auch. Das ist dann kein Flat, sondern Double Sideways. Irgendwie eine Korrekturfunktion. Insgesamt eine Seitwärtskorrektur. Die Dauer lässt es schon vermuten. Profis wissen, dass bei einer Seitwärtskorrektur die B-Welle sogar häufig höher ist als der Start. Das passt alles. Und eigentlich hätten wir ganz gute Voraussetzungen, dass der Kurs zumindest ein bisschen noch nach oben geht. Also sprich, das, was wir hier haben, zumindest nochmal macht mit Chancen, dass es mehr wird. Das wird man dann wahrscheinlich erst mal sehen müssen, ob er das dann ganz so aufrecht erhält oder nicht. So, das heißt, die Chancen für Aufwärts finde ich ganz gut. Allerdings sehe ich hier im Augenblick noch nicht so richtig die Motivation der Marktteilnehmer, da jetzt massiv einzusteigen oder massiv hier das Ganze zu fahren. Deshalb jetzt in diesem Moment soll ich euch dann Long empfehlen. Ich weiß nicht. Wir können es mal in Minuten schalten. Nur mal, dass ihr das seht. Guckt mal hier. Das ist doch ganz schön überschneidend. Ich mache mal meinen Gekrackel weg. Das ist ganz schön überschneidend. Das heißt, das ist noch nicht das, was ich mir hier eigentlich vorstelle für die bullische Seite. Also mir ist das zu heikel im Moment. Vielleicht soll es sogar nochmal einmal ein bisschen tiefer gehen. Und dann kann ich mir überlegen, ob ich an den Zwischenrochs hier einsteige. Im etwas größeren Bild, ich weiß, dass viele hier auch etwas größer gucken, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich alles noch in Ordnung. Wenn er jetzt direkt steigt, okay, wäre in Ordnung. Finde ich zwar sehr eigenartig, dass er hier so steil runtergekommen ist. Aber na gut, eigentlich fände ich es fast praktischer, wenn er irgendwie noch sowas hier macht. Also vielleicht jetzt nur so ein bisschen steigt und anschließend nochmal nach unten. Dann hätten wir hier wieder eine Seitwärtskorrektur. Und dann hätten wir hier die besten Chancen für aufwärts. Ich bin also nach wie vor grundsätzlich bullisch eingestellt. Könnte mir aber vorstellen, dass wir da in der Pause noch ein bisschen Zeit brauchen. Zumindest das im engen Sinne des Charts gefällt mir das noch nicht. Was ist beim Nasdaq? Das ist im Wesentlichen natürlich gleich. Gehen wir auch hier mal am 15-Minuten-Chart. Das große Bild hat sich nicht großartig verändert. Das muss ich euch nicht jeden Tag wieder neu zeigen. Da denkt ihr ja auch, du zeigst uns auch nichts Neues. Immerhin die letzte Bewegung. Machen wir mal das andere Geschmiere. Ach komm, löschen wir alles. Das kriegen wir alles wieder hin. Hoch, Korrektiv. Hier auch diese ähnliche Situation. Also da kann man nur sagen, naja, im schlimmsten Fall, er hat doch das gesehen. Also vorne 1 zu 1 Bewegung, hinten 1 zu 1. Also quasi das, was wir hier vorne hatten, dieses Ding da hinten nochmal. Also das war eine 1 zu 1. Also insofern, er hat alles gesehen. Nicht unmöglich, dass es sogar erst nochmal weiter nach unten geht. Und warum? Naja, wir sind hier fünffällig, überlappungsfrei runter. Wir sind hier ziemlich sauber A, B, C hoch. Mich würde es also gar nicht mal wundern, wenn wir jetzt nochmal weiter runter gehen und dann eben, ebenfalls wie beim S&P, dann nochmal diese Unterseite angreifen. Wundern würde es mich ehrlich gesagt nicht, wenn der Markt das hier tatsächlich auch tut. Ich halte das zumindest mal im Hinterkopf. Und wenn ich mir das hier im ganz Kleinen mal angucke, ich will nur mal im Minutenschart gucken. Nur einfach mal, ist das hier schon gut? Ich bin da unsicher. Und was mache ich, wenn ich unsicher bin? Nix. Warum bin ich unsicher? Weil der Anstieg von diesen Tiefen ist dreiwellig. Dreiwellig will ich nicht. Dreiwellig ist keine typische Haupttrendrichtung. Aber von diesem tiefsten Punkt, vorher kam der Kurs von oben, bis da ist es dreiwellig hoch. Und dann sind wir allerdings auch korrektiv nach unten. Also von mir aus haben wir eine gewisse Chance noch für nach oben. Ich finde es unsauber. Und deshalb möchte ich erst sehen, dass die Marktteilnehmer da wieder auf dem richtigen Dreh unterwegs sind. Also insofern zusammengefasst, S&P und Nasdaq, wollen wir es mal nicht in die Länge ziehen. Eine realistische Chance, dass er nochmal hier runter geht. Dafür wäre für mich ein guter Trigger hier diese Marke. Das kann man vielleicht schon mal sagen. Also wenn wir die 15.175, 73 irgendwie sehen, das ist das Tief, 7. Juli, 10 Uhr, also heute Vormittag. Wenn wir das nochmal durchstoßen, da könnte ich mir vorstellen, komm, da kann man jetzt sagen, das was wir hier vorne haben, A, B, C, an dieser Stelle nochmal runter. Also eine Short-Idee. Wenn er oberhalb bleibt, schließe ich nicht aus, dass er vielleicht noch das macht, ist aber nicht mein präferiertes Bild. Das wäre jetzt erstmal das mit Chancen, dass wir sogar noch ein bisschen tiefer gehen. Nicht aus Böswilligkeit, sondern dass wir einfach da drunter nochmal gehen, damit wir so ein bisschen hier diese A, B, C-Geschichte haben und dann von dort können wir dann ernsthaft wieder überlegen, Bullisch, denn nach wie vor, auch wenn wir bis da runter gehen, ist das alles kein Killer für die Bullenseite. Wir sind immer noch in diesem Bullischen Aufwärtssegment. Ich versuche das mal schnell hier nochmal darzustellen. Also selbst das, selbst dieser Rücksetzer bis dahin, das wäre alles noch völlig in Ordnung, wo man sagt, naja, das ist halt in der Pause, jetzt lass den armen Kerl doch mal. Also auch das würde erstmal noch nichts kaputt machen. Also ein möglicher Short, eine Idee zumindest mal. Ich will es euch nicht jetzt empfehlen, im Sinne von, ich weiß genau, was als nächstes passiert, aber ich möchte euch empfehlen, ein bisschen drauf zu gucken. Auch beim Dow Jones ist noch die realistische Chance, dass es nochmal tiefer geht. Das habe ich letztens so häufig gezeichnet, wie es genau ist mit den Fibonaccis. Die ist nach wie vor die 33100 als eine vorläufige Killermarke. Gehen wir auch hier mal Intraday für die Freunde des Nachmittagshandels und gucken mal, wie es aussieht. Die sehen schon gar nicht mehr so bullisch aus. Warum? Weil dieser tolle Anstieg, der war wirklich schön und diese Korrektur jetzt inzwischen so tief runter sind. Manch einer wird sagen, aber das wäre doch ein Long Trigger gewesen. Ja, aber überlegt euch das vor solchen Daten. Solltet ihr ernsthaft überlegen, ob ihr das handeln wollt oder nicht. Es geht regelmäßig, da erzähle ich denjenigen unter euch, die häufiger handeln, nichts Neues, dass der Kurs zu den Daten mal ein bisschen hoch, mal ein bisschen runter und dann wird entschieden, ja, okay, dann machen wir jetzt das oder das oder was auch immer. Das ist meistens nicht gut zu handeln. Ich weiß, dass die Versuchung groß ist, weil man, wenn alles gut läuft, ganz viel verdienen kann. Aber glaubt mir, mein Herz ist vernarbt, was das angeht. Bei mir lief es nämlich, wie bei vielen, vielen, vielen anderen, ganz häufig eben auch nicht gut um diese Termine. Und deshalb, ich lüge mal seit 20 Jahren, wahrscheinlich noch länger, handele ich diese Termine, ja doch deutlich länger, handele ich diese Termine nicht mehr, weil es einfach nicht sinnvoll umsetzbar ist. So schnell kann keiner sinnvoll reagieren. Dafür sind die wirklich ganz schnellen Systeme, die an den Börsen direkt angeschaltet sind, die können schnell dann rein, raus, wie sie es dann auch immer wollen. Da hat man als normaler Trader, der von zu Hause aus oder auch aus dem Office raus, das spielt keine Rolle, die Leitungen sind nicht viel schneller, keine Chance gegen diese mitzuhalten. Und deshalb lehnt man sich hier mal tapfer zurück, guckt mal das Gewitter an und sagt danach, habt ihr euch wieder, dann mache ich wieder mit. Aktuell das bullische Bild, weil der so tief ist, nicht so gut. Also vielleicht die Idee, die wir im Nasdaq für die Short-Seite haben, gar nicht so schlecht als Gedankengang. Wie sieht es beim DAX aus? Da muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich gar nicht, ob ich so negativ drauf sein möchte. Ich gehe mal ganz kurz hier übergeordnet nochmal. Ihr erinnert uns, wir hatten ja diese Zone generell, die 1 zu 1, das ist quasi das, gleiche Länge nochmal, das ist diese gelbe. Genau da ist der Kurs hingegangen. Das ist alles ziemlich wunschgemäß verlaufen. Im Moment kommt er gerade hoch. Der DAX könnte also jetzt tatsächlich diese Abwärtsbewegung beendet haben. Das wäre jetzt eigentlich besonders schick. Dafür gucken wir uns das jetzt mal genauer an. Und wenn ich das mal im 5-Minuten-Chart angucke, dann muss ich sagen, der DAX, guckt euch das mal an. Das ist doch herzallerliebst. Das ist ein wunderschöner, starker Anstieg. Jetzt würde fehlen, dass wir hier Intraday so einen Rücksetzer haben. Vielleicht nicht mehr heute. Der Tag ist mehr oder weniger gelaufen. Wenn wir dieses Zwischenhoch später, wahrscheinlich dann am Montag, durchstoßen, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es mindestens bis dahin geht. Aber da wir ja schon gesagt haben, eigentlich ist das doch die Zielzone hier für diese Abwärtsbewegung, dass er dann sagt, naja, wir sind doch schon da. Dann lass uns doch auch weiterlaufen. Also ich sehe eine realistische Chance, dass wir beim DAX wieder auf dem Bullen-Modus umgeswitcht haben. Um das zu bestätigen, möchte ich gerne sehen, dass wir jetzt im Intraday-Chart 15 Minuten beispielsweise korrektiv runtergehen. Wohin runtergehen, da erzähle ich den meisten von euch nichts Neues. Machen wir mal kurz die blauen Sachen da alle weg. Tschak, 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 tschak. Dann sehen wir das besser. Dazu messen wir tiefster Punkt. Na, man muss es dann noch richtig anlegen. Tiefster Punkt, höchster Punkt. Ich glaube, der war noch höher, ja. Und dann müsste es in diese Zone rein. Das hat er jetzt gemacht. Ist das schon korrektiv? Ja. Also wer wirklich aggressiv jetzt versuchen will, reinzukommen, das könnte ich mir schon vorstellen, als möglichen Einstrittsversuch für die Long-Seite. Noch schöner fände ich es eigentlich, wenn er ein bisschen deutlicher diese Korrektur macht. Dann würde ich dann von diesem hoch ausgehen. Das kann sein, dass wir es heute nicht mehr miterleben. Im Moment geht er ja ein bisschen runter. Das ist aber völlig in Ordnung. Wer die Marken nicht gut lesen kann, die Zone ist ungefähr von 15.600, ne, ein bisschen tiefer, 580, 90, irgendwie was. Und die Unterseite ist 15.530 von mir aus, irgendwie 25. Alles da drin, was korrektiv darunter läuft, ist in Ordnung. Und Zwischenhochs würden für meinen Geschmack Long-Chancen triggern. Was ich nicht mehr sehen will, dass die 15.500 durchstoßen wird. Wenn er das jetzt, bevor er das hier irgendwo triggert, irgendwie weiter runter eiert und diese Marke durchstößt, 15.500, dann ist die Idee vorläufig obsolet. Und wir müssen das vielleicht zum späteren Zeitpunkt nochmal probieren, aber dann nicht aktuell. Deshalb ist die 15.500 vielleicht ganz gut als ein Killer für diese Idee. Die 78.6er Fibromarke ist da mein Hintergedanke dazu. So, damit habe ich euch hoffentlich so ein bisschen ein Update gegeben. DAX eigentlich gut, aber muss noch triggern. Das ist also, der hat noch ein bisschen Hausaufgaben zu tun. Das wird eher was für einen Montag werden vermutlich. Der Nasdaq, der hat vielleicht sogar ein ganz gutes Short-Build abgeliefert, wenn er triggert. Ganz wichtig. Also da bin ich noch nicht so richtig begeistert. Und die Märkte, die dürften das. Ja, also wir haben in den letzten Tagen häufig diese etwas größeren Szenarien, wie weit der Rücksetzer ist. Es ist völlig in Ordnung, wenn der Markt noch runter geht. Es ist noch kein Killer für die Bullenseite. So, in diesem Sinne, euch jetzt erstmal alles Gute. Toi, 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 bei euren Ideen, bei eurer Umsetzung. Es muss nicht so kommen, wie ich das hier gesagt habe. Aber die Chancen, dass das in etwa so passiert, die sind aus meiner Sicht so groß, dass ich Spaß daran hätte, es mir mal genauer anzugucken. In diesem Sinne, euch alles Gute und liebe Grüße.